Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von Queerstylity. Ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben die 100 Abonnentenmarke geknackt und ich freue mich riesig darüber. Und deswegen gibt es heute auch dieses 100 Abonnenten Special für euch und ich habe etwas ganz besonderes für euch vorbereitet und zwar werde ich eine kleine Verlosung machen und da es ja langsam aber sicher auf das Ende des Jahres zugeht und Bullet Journaling in aller Munde ist. Ich habe ja dieses Jahr sogar meinen Geburtstag zu einem Bullet Journaling Workshop ausgebaut. Deswegen gibt es heute einige Sachen, die ich gerne an euch verlosen möchte und die haben allesamt mit Bullet Journaling zu tun. Und dann fangen wir auch mal an mit einem Bullet Journal oder Bullet Journal. Ja und zwar hatte ich hier einen Doppelpack gekauft gehabt und das eine Buch habe ich für das zweite Halbjahr 2019 verwendet. Und ich habe jetzt aber für 2020 tatsächlich ein Buch, in den für mich ein ganzes Jahr reinpasst. Deswegen ist das hier quasi noch frei und das würde ich dann an euch verlosen. Das hat relativ dickes Papier, da blutet auch nichts durch. Also ich bin sehr zufrieden damit gewesen bis jetzt und egal ob Textmarker oder auch mit Aquarellmarkern habe ich auch drin gemalt. Also da hat nichts durchgeblutet, nichts. Die Seiten haben sich nicht großartig gewählt, wenn ich da auch mit so Aquarellfarbe, mit Wassertankpinseln und sowas. Also eigentlich sonst braucht es dann halt Gummibandverschluss, hier hinten ist auch nochmal so ein Umschlag. Das wäre also Nummer 1. Dann hätte ich noch für euch ein Organizer-Stickerbuch. Live the life you love. Ich kann ja mal gerade so ein bisschen durchblättern, damit ihr mal so einen Eindruck bekommt. Hier haben wir so die verschiedenen Wochentage. Sowohl auf Englisch wie auch auf Deutsch, was ich halt sehr schön finde. Weil sonst hat man immer nur überall die englischen Sachen. Und hier sind noch ein paar Sachen. Und dann hier nochmal so eine Seite. Hier so mit Wochenende, aber auch hier mit Happy Birthday, Me Time etc. Ja, das wäre das zweite, weil es eine Bullet Journal, da gehören auch die Bullet Journal-Sticker. Dann habe ich euch einen von meinen Lieblings-Fine-Linern mit eingepackt. Und zwar mag ich die hier am liebsten. Ich habe inzwischen jetzt schon einige ausprobiert von Städler über Micron. Und die hier sind die bis jetzt besten für mich, weil bei den anderen ist die Spitze immer so schnell kaputt. Und hier die halten bei mir echt lange. Und ich benutze jetzt die hier seit 6, 7 Monaten. Und habe erst meinen zweiten angefangen. Also bin sehr zufrieden damit. Ja, den packe ich euch noch mit drauf. Zum Outlines gestalten quasi. Dann bekommt ihr von mir noch diesen super schicken dünnen Kugelschreiber. Auch in der Farbe Schwarz, optisch passend zum Bullet Journal. Dann habe ich hier noch diese wunderschöne Packung mit diesen Sticky Notes. Ich finde die halt ganz toll, einfach mit dieser Gold Optik. Und aber auch von der Farbgebung her. Und außerdem habe ich hier noch eine Packung mit Washi Tape. Und dieses Bullet Journal Paket könnt ihr heute beziehungsweise demnächst gewinnen. Was ihr dafür tun müsst. Also ihr solltet natürlich erstens Abonnent meines Kanals sein. Das ist schon mal Grundvoraussetzung. Dann müsst ihr diesem Video hier ein Like da lassen. Und außerdem solltet ihr in die Kommentare schreiben, was ihr an meinem Kanal am schönsten findet. Und warum ihr dieses Täckchen hier gewinnen solltet. Und ich werde dann diese Aktion bis Ende der Woche laufen lassen. Bis Sonntag. Und werde dann am Sonntagabend auslosen. Und werde euch dann den Gewinner nennen. Und dann brauche ich natürlich diese übliche Adressdaten, damit ich eben den Gewinn auch zuschicken kann. Ich werde parallel dazu einen Instagram-Beitrag veröffentlichen, wo ihr das Ganze auch noch machen könnt. Das heißt, ihr habt die doppelte Chance, wenn ihr bei beiden Kanälen quasi teilnehmt. Ich schreibe euch das alles auch nochmal unten in die Infobox rein. Auch den Link zu meinem Instagram-Account. Ja, und dann würde ich sagen, nochmal vielen, vielen herzlichen Dank für die 100 Abonnenten. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück bei diesem Gewinnspiel, bei dieser Verlosung. Ansonsten würde ich sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Hier könnt ihr wie immer meinen Kanal abonnieren. Hier findet ihr das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Und dann würde ich sagen, ciao und bis Sonntag, ihr Lieben. Und dann würde ich sagen, ciao und bis Sonntag, ihr Lieben.